Radio Q. Die christliche Kirche wird heute oft als Feind von Sexualität gesehen, die Ehe als verstaubtes Dogma. Radio Q-Geschichtsexperte Frank Schlegel hat deshalb zum Thema Liebe und Ehe mit einem renommierten Münsteraner Theologen gesprochen. Arnold Angenend ist emeritierter Professor für Kirchengeschichte und am Exzellenzcluster Religion und Politik tätig. Außerdem ist er als Priester in Münster aktiv. Momentan arbeitet er zu Familie, Ehe und Sexualität. Ich denke, Sexualität ist für unsere Welt und für unsere Einstellung fundamental. Ich habe ein gewisses Interesse daran, wie sich das Christentum zu diesen Fragen verhalten hat, wie es geurteilt hat. Da gibt es Kritiken und ich denke, da gibt es auch positive. Gerade momentan ist Sexualität und Christentum ja immer wieder so ein Thema in den Medien. Da wird es, ja, werden meistens eher negativer deutlich. Also das Bild, dass die Kirche etwas gegen Sexualität hat. Das ist in der Tat so. Ich erinnere an Michael Mitterauer, einen Wiener Sozialhistoriker. Der hat ein Buch geschrieben, Warum Europa? Dafür hat er den Deutschen Historikerpreis bekommen. Da steht ein ganzer Abschnitt über Ehe drin. Und dann sagt er, der Beitrag des Christentums ist insofern einmalig, als es die Konsensehe befördert hat. Die Idee der Konsensehe ist schon in der antiken Philosophie formuliert worden. Von der Stoa, der Philosophie-Schule der Stoa auch propagiert worden. Aber im Grunde ein dünnes Oberschichtenphänomen geblieben. Das Christentum hat durchgesetzt, auch die Frau sagt ihr Ja-Wort in der Ehe und über sie kann nicht bestimmt werden. Das finden sie generell. Ich habe also irgendwann mal in Amerika mit einer Japanerin zusammengesessen und dann stellte sich heraus, dass sie mal College Girl in den USA gewesen war, nach Hause zurückkehrte und dann sagte sie mir, und da hatten meine Eltern schon den jungen Mann für mich ausgesucht. Dann habe ich gesagt Tschüss und bin wieder nach Amerika zurückgegangen. Das ist heute noch in der Welt weitgehend verbreitet, in Japan, in China, in Indien, in Afrika ohnehin meistenteils. Die Eltern bestimmen für den Sohn die junge Frau. Das Konsensrecht sagt, die junge Frau muss auch Ja sagen. Man kann sie nicht übergehen. Sie hat einen eigenen Anteil daran. Wo steht das genau in der Bibel mit der Konsensehe? Wo findet sich das? Das hat die Antike formuliert, die Antike Philosophie, und das hat man dann im Mittelalter auf folgende Weise gerechtfertigt. Maria und Josef, Maria blieb Jungfrau nach biblischer Auffassung und wird gleichzeitig Gattin, Konjunks, Frau von Josef genannt. Dann hat man gesagt, also ist der Konsens, zusammenzuleben, das Entscheidende und nicht der Koitus, die praktizierte Sexualität. Also es gibt da so eine Art antike Substrat, wenn ich das richtig raushöne. Und dann quasi die Darlegung aus der Bibel, eine Interpretation. Jetzt ist es aber so, dass halt das Mittelalter hindurch es diese Konsensehe ja meistens noch nicht gab. Die gab es nicht. Die ist jetzt am Ende des Mittelalters gekommen. Aber theoretisch war sie da. Und wenn Sie zum Beispiel das Lexikon des Mittelalters sich anschauen, was da über Ehe steht, da steht drin, der Konsens schuf für Frauen eine erstmalige Möglichkeit der Emanzipation. Es ist ja so, dass schon Andreas Capellanus zum Beispiel auch das durchaus erkannt hat. Also eine richtige Ehe, da muss Konsens sein, Liebe. Also er bringt den Begriff der Liebe auch wiederum ins Spiel. Muss halt frei gewählt sein. Aber ja, er schreibt das im 12. Jahrhundert. Und da waren natürlich Liebe und Ehe waren noch zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist die Frage. Also es gibt neuere Untersuchungen über die Romanliteratur des hohen Mittelalters, über die Liebesliteratur. Da wird intensivst und auf fantastische Weise die erotische Faszination beschrieben. Und die mittelalterliche Medizin hat immer daran festgehalten, der Kuitus gehört zum Menschen dazu, für Mann und Frau, trägt zum Gleichgewicht und zur Gesundheit bei. Und es gibt sogar einen Mediziner, der Papst geworden ist, der dann gesagt hat, der Beischlaf, der Kuitus, ist das exzellenteste Werk des Menschen. Jetzt ist es ja so, dass die Ehe gerade im Mittelalter oder auch noch in der frühen Neuzeit bis in die Neuzeit hinein ein sowohl religiöses als auch politisches und soziales Konstrukt war. Und wo sehen Sie denn dann diese Grenze, dass es sich wirklich, nicht nur in der Theorie, also man wusste es schon vorher, es gab diese Gedanken, aber dass es sich dann auch in der Praxis wirklich so vollzog, dass es zu einer freien Meinungsentscheidung kam. Ja, da führe ich mal einige Punkte an, die uns heute nicht mehr bewusst sind. Die Müttersterblichkeit war so hoch und die Kindersterblichkeit auch, dass, wie heute noch in vielen Entwicklungsländern, geschlechtsreife Mädchen sofort verheiratet wurden. Die wurden nicht gefragt, die wurden verheiratet. Einfach um den Bevölkerungsstand zu halten. Man musste vier bis fünf Kinder gebären, dann blieb der Bevölkerungsstand, die da drüber geboren wurden. Die trugen also zur Bevölkerungsvermehrung bei. Dürers Mutter war mit 15 verheiratet, hat 17 Kinder geboren, davon haben drei die Mutter überlebt. Was für ein Frauenschicksal. Das hat sich natürlich durch den medizinischen Fortschritt total geändert. Also die Müttersterblichkeit ist in unserer Welt in Sierra Leone am höchsten. Bei 100.000 Geburten über 2.000 Todesfälle. In Deutschland vier, in Schweden drei, in Irland ein Todesfall auf 100.000 Geburten. Da sieht man erstmal, was Medizin bewirkt hat und was das für die Frau und für eine Befreiung geworden ist. Dazu kommt die Pille. Die geschlechtliche Begegnung, der Kultus, ist für die Frau angstfrei geworden, zum ersten Mal in der Geschichte. Die Frau muss nicht mehr fürchten, dem Kind wird zu sterben. Die Frau muss auch nicht mehr fürchten, dass ihr Kind wenige Tage oder einige Wochen nach der Geburt auch schon tot ist. Und Sie sehen darin einen Grund, dass es eine positive Entwicklung gibt, sowohl in dem, was wir als Liebe bezeichnen, zwischen Mann und Frau und Frau und Kind? Natürlich. Also, wenn ein Mann 25 war, das war die Regel, der durfte sich erst austoben, eine 15-Jährige heiratet, was ist denn dann Partnerschaft? Erst dadurch, dass also der medizinische Fortschritt gekommen ist, konnte die Gleichaltrigkeit der Ehepartner durchgesetzt werden in Europa im 18. Jahrhundert. Bis dahin gibt es ungleiche Ehepaare. Ein Mann von 60 heiratet eine 15-Jährige und umgekehrt. Da konnte keine Partnerschaft sein. Es beschweren sich ja schon einige antike Philosophen, dass sie sich mit ihren Ehefrauen gar nicht wirklich unterhalten können und pflegen dann eine andere Art von Freundschaft zu Männern, mit denen sie auf einer Ebene sind. Also schon da gab es ja dieses Problem. Also wenn ich das richtig verstanden habe, weil die Frau nicht die Gesprächspartnerin ist, hat man dann den Männerkreis. Sogar mit Pädophilie. Noch so ein Punkt, der eher so in einer profanen Geschichtswissenschaft manchmal anklingt, ist der des dunklen Mittelalters, in dem das halt von Gewalt bestimmt ist und in dem es unter anderem auch halt eben keine Liebe gibt, dass die Liebe nicht so kennt, wie wir sie heute kennen. Was sagen Sie dazu? Das wird intensiv diskutiert. Also es gibt Leute, die sagen, im Mittelalter hat es überhaupt, im frühen Mittelalter hat es überhaupt das Phänomen der Liebe, so wie wir das verstehen, nicht gegeben. Es gibt auch Gegenstimmen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es aus dem frühen Mittelalter im Grunde keine persönlichen Dokumente gibt. Das Lesen und Schreiben war minimal. Leute konnten sich nicht äußern, sodass wir dann auch keine Zeugnisse haben, wie die sich verstanden haben. Als Beispiel führe ich an, dass eine Frau aus Frankreich, die 1900, man vergegenwärtigt sie sagt, 1900 als Findelkind ausgesetzt wurde, von Nachbarn aufgefunden wird, aufwächst und ein Leben führt in einer bewundernswürdigen Verbundenheit mit ihrem Mann und ihren Kindern. Aber sie kann nicht darüber sprechen. Ein Schriftsteller, ein Französischer, hat das verniedergeschrieben. Die Sprachlosigkeit, die alleine schon da herrschte. Sprachlosigkeit hat auch einen anderen Hintergrund. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, so scheint es jedenfalls, so lesegesaugt in moderner, psychologischer Literatur. Der Mann mehr auf Sex aus ist, formelhaft gesagt, und die Frau mehr auf Liebe. Hinzu kommt, dass der Mann der physisch Stärkere ist. Der kann sich die Frau schnappen, vergewaltigen. Für die Frau ist damit in der vormodernen Zeit das Risiko der Schwangerschaft, der Unehre und des Todes verbunden. Da kann man sich vorstellen, dass also die Frauen davor zurückgeschreckt haben. Das hat im Christentum dazu geführt, und ich muss noch etwas davor schalten, im Allgemeinen stellt man fest, wirklich allgemein, legitime Ehe mit der Frau, daraus stammen die erbberechtigten Kinder ab, der Mann in der Antike, in Athen, in Rom, kann Nebenbeziehungen haben, auch mit der Sklavin im Haus. Das muss die Frau ertragen. Und damit macht das Christentum Schluss. Jesus, also es gibt keine Scheidung, Treue beidseitig, und der Mann keine Nebenverhältnisse. Das hat dem Christentum natürlich eine Aufgabe aufgelastet, die kaum zu bewältigen gewesen ist. Die Sexualität des Mannes zu schneiden und sozusagen der Frau gleiche Chancen zu eröffnen. Das ist einer der Gründe, weswegen das Christentum sich äußert gegen Sexualität, besonders wenn sie gewalttätig wird und für die Frau unvergewaltigend wirkt. Wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, ist Ihre These so ein bisschen, dass erst diese Gleichberechtigung auch wirklich dann zu einer wirklichen, wahren Liebesbeziehung führen kann? Also wenn wir heute an Ehe denken, an Liebe denken, ich denke, wir können doch gar nicht absehen davon, dass Mann und Frau gleich sind. Voll auf partnerschaftlich. Das stellt natürlich an die moderne Ehe ganz neue Herausforderungen. Der Mann ist nicht mehr einfach das Haupt der Frau. der kann nicht einfach über die Frau verfügen. Er kann nicht mehr einfach über das Geld verfügen. Die Frau hat ihre eigene Rolle. Die Frau hat ihre Selbstständigkeit. Wenn ich mich mit Eheleuten unterhalte, wie oft kommt das Thema darauf, dass man sich abstimmen muss, fein abstimmen muss und sonst zerbricht es. Sonst zerbricht es. Das ist die neue Herausforderung, aber das ist die große Chance, dass die Frau Person ist, eigenen Rechtes, eigener Würde und eigener Liebesfähigkeit. Wie wird Liebe eigentlich in der Bibel definiert? Also, Liebe geht natürlich zunächst einmal davon aus, wenn man es sexuell interpretiert, dass eine Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern ist. Bei beiden. Beim Mann vielleicht stärker, bei der Frau anders situiert. Hinzu aber kommt, dass der Mensch anders als bei den Tieren über Sexualität jederzeit verfügen kann. Bei den Tieren ist das instinktiv an die Gattungs- und Brunstzeiten gebunden. Der Mensch kann das jederzeit. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Der Mensch kann das zum Ausdruck der Liebe machen, der gegenseitigen Liebe. Und ich denke, das ist der eigentliche Schritt. Das Alte Testament hat ja als Grundgebot die Liebe. Und diese Liebe gilt auch für die Menschen. Insofern gehört also zur ehelichen Liebe, dass man den anderen liebt. Und nicht vergewaltigt. Und deswegen ist im Christentum die Ehe Sakrament geworden. Weg des Heiles. Wer also in der Ehe richtig liebt, Mann und Frau, ist auf dem Weg des Heiles. Dann ist natürlich Sexualität eingeschlossen. Aber die Sexualität konnte ich ja hundertelang gar nicht frei praktiziert werden. Wegen dieser gerade für die Frau furchtbaren Folgen. Und da sind heute neue Chancen. Jetzt haben Sie die neuen Chancen für die Ehe genannt. Dabei ist es heute so, dass die Ehe von vielen Menschen so als Zwang gesehen wird. Es gibt weniger Leute, die vorhaben, heiraten zu wollen. In meiner Generation. Zumindest höre ich das im Gespräch mit anderen so raus. Dann gibt es so Phänomene wie die Homo-Ehe. Also es differenziert. Es wird einerseits weniger, andererseits differenziert es sich da aus. Wie beurteilen Sie das? Ja, ich erinnere mich an die 68er Jahre. Alle Türen aushängen. Also Gruppensex und so weiter und so fort. Ist alles weg. Von den 68ern sind alle in einer etablierten Ehe gelandet mit Partnerschaft. Oft nach vielerlei Wechsel. Also wenn jemand die vierte oder fünfte Frau hat, da fragt man sich ja doch, was ist aus den Frauen geworden, die er vorher hatte? Haben die Frauen immer noch die gleichen Chancen wie die Männer? Oder sind die Männer eben nicht doch, besonders wenn sie hohe Gehälter haben, in einem großen Vorteil? Und dann das Anmachen von Sex, was man ja jetzt in den Zeitungen liest, hochrangige Politiker, nicht wahr, ihre Sekretärin und so weiter und so fort. Da sieht man immer noch das alte Problem, im Grunde die Würdelosigkeit der Frau. Und ich denke, es gehört zur Liebe, die Erfahrung, er, sie liebt mich. Das ist so überwältigend, dass ich so einzigartig sein soll, dass ich geliebt werde. Das ist unersetzlich. Und das wird auch immer dazu treiben, drängen, dass sowas wie ausschließliche Partnerschaft bleibt. Und deshalb ist das, ich mache das nicht, lieber so ein bisschen hin und her, das Zunehmen des Singles. Das hat schon Horkheimer beklagt. Die große Liebe wird nach der Pille verschwinden, sagt er. Und das ist die Gefahr. Horkheimer, ganz kurz, wer ist das? Horkheimer gehört zu der Frankfurter Schule, der hat wesentlich an der 68er-Diskussion mitgewirkt, hat das Buch über die Aufklärung geschrieben und der hat in den, ich habe den als Student hier in meiner Münster-Vorlesung gehört, großartig, als Marxist wusste der über Religion mehr Bescheid als manche Theologen. Und dann hat er am Ende dieser Vorlesung gesagt, meine Frau ist tot. Ich hoffe, meine Frau wiederzusehen. Dessen Leben war ohne seine Frau gar nicht vorstellbar. Ich hoffe, sie wiederzusehen. Und das ist die Frage, ob das bei diesem Wischiwaschi hin und her erhalten bleibt. Die Liebe ist, ich werde geliebt, unbegreiflich. Damit gewinnen wir überhaupt erst ein Verhältnis zu uns selber, dass ich von anderen geliebt werde. Nicht dadurch, dass ich mich selber liebe. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Angenend. Gut. Radio Q in Münster auf der 90,9, im Unity Media Kabel auf der 105,3, in Steinfurt auf der 103,9 und im Webstream unter www.rashbay.com. G.E.